Und damit tue ich euch herzlich zu Folge 76 einladen. Ja, Folge 76. Wir kommen in der nächsten 10er Etappe wieder voran. 24 Folgen noch bis Folge 100. Ja, es wird kein Special, glaube ich, kommen, weil ich komme nicht mal dazu, irgendwas Special-Folgen-mäßig zu machen. Denn wie ihr seht, 75 Folgen, ah, 10 Minuten. Wir schaffen kaum was. Also das ist krass. Und ich bin ja auch fast nur am Rumtuckern. Das sage ich mal so. Also ich bin jetzt nicht so einer, der jetzt hier wirklich schwänzt und immer nur in der Gegend rumlatscht. Denn ich habe hier schon viel geschafft. Sprich Haus, hier die ganzen Materialien, alles hingebogen, wie ich es versucht habe zu schaffen. Ach, Glück gehabt. Ach, Glück gehabt. So. Dann machen wir jetzt Kompressor. Das ist ein kleinerer. Das läuft jetzt sauber. Hier, du nimmst jetzt Zittert. Und dann kann das laufen. In der Zeit versuche ich das da hinten. Zumindest zwei Solarzellen jetzt fertig zu machen. Was? Ähm, das habe ich. Ich brauche Glas. Dankeschön. Das ist auch fertig. Das ist auch fertig. Das ist auch fertig. So. Solar. Drei mal Glas so. Da kann ich erst noch zwei erstellen. Ich habe sonst nichts. Ich habe kaum Materialien noch. Naja. Bringt zumindestens hoffentlich etwas. Kann ich noch einmal sagen. Hier, ich mache noch einmal Kabel. Dankeschön. Da habe ich auch wieder nicht. Ich muss ja gucken, wie gesagt, dass ich hier noch so einen Klumpen habe. Die kann ich eigentlich direkt verfeuern. Muss man mal alle rausnehmen. Das kann wieder zurück. Danke. Das lassen wir noch drinnen. Ist irgendwas an Klumpen noch? Ne. Doch, da. Da haben wir noch so ein Klümpchen. Und hier. So, das ist gut zu verbrennen noch. Da brauchen wir eine Kohle. Da brauchen wir eine Kokskohle. Und dann passt das schon. Nehmen wir eine Kokskohle. Und dann nehmen wir... Dann nehmen wir zwei Kokskohle. Und drei von denen. Eins, zwei, drei. Das ist schon okay. Dann kann ich fast schon verkraften wieder. Dann lassen wir erst das große durchlaufen. Dann das nächste Gelegene hier durchlaufen. Und dann das hier irgendwie durchlaufen. Schau mal. Das braucht ja noch einen Moment. Bis das fertig gelaufen ist. So. Das ist jetzt am rumbrennen. Und jetzt müssen wir... Den Massfabricator hinbauen. Ich will mal hoffen, dass der mit ein paar EUs läuft. Bin ich ganz so stark am hoffen. Äh... Carbonplan. Oh, brauchen wir zwei Stück. Okay. Okay, einen hab ich schon. Einen brauche ich noch. Einen brauche ich noch. Wie sieht's aus? Ja, da sind wir die vier fertig. Danke. Einmal hab ich. Die hab ich schon mal. Dann schmeiß ich den schon mal da rein. Danke. So. Zweiten hab ich auch. Da brauche ich aber noch welche, ne? Ja. Da fehlen noch mal welche. Da muss ich aber noch ein bisschen Kohle nachwerfen. So ein halbes Stück. Wird auf jeden Fall noch mal durchgehen. So. Nehmen wir das auch noch raus. Das machen wir jetzt hier schnell fertig. Ich brauche das unbedingt. Ich brauche das unbedingt alles. Ähm. Zerkleinerer. Da. Da gibt's noch ein bisschen Kohle. Eine Platte. Zweite Platte. Danke. Dann muss ich Eisen wieder reinbrennen. Dann muss ich mal schauen, was ich hier noch anbrenne. Ei, Kupfer hab. Da hab ich noch ein bisschen Kupfer. Das nutzt hier aber auch nicht mehr ganz. Was hab ich hier noch an Kupfer? 23, das muss da hinten ein Recycler rein. Da steht auf jeden Fall fest. Material, das geht nur blöd denn hier. Da ist immer noch gleich fertig. Der. Oh. Kupfer, jawoll. Kupfer. Wir brauchen Kupfer. Und ich brauche einen Schluck Wasser. Schluck Wasser. Und Kupfer. Und dann schauen wir mal, was da hinten ist gleich wieder wartet. Ist das hier so drinne? Ja, genau. Ist das schon fertig wieder? Nice. Ja, Kupfer reinschmeißen und lassen laufen. Gib ihn. Gib ihn. Jippie jay, Schweinebocke. Weil ich hab gleich null Erz. Ich hab gleich null Materialien, ehrlich gesagt. Dass ich da noch mit überleben kann. Da muss ich vielleicht einfach auf Mining Tool gehen, separat. Für mich selber. Ich lass die Turtles einfach nur noch laufen. Das wäre auch eine optionale Wahl. So, bist du jetzt hier fertig? Immer noch nicht. Bist du fertig? Du bist fertig. Dann schmeiß dich mal da rein. Und dann nehme ich zweimal Koks Kohle. Zack. Und schmeiß die jetzt hier gleich hier rein. Das kann doch nicht angehen, dass das jetzt nicht funktioniert. Ah, dann brauch ich hier noch zack von. Dann brauch ich wieder zwei Koks Kohle. Koks Kohle. Dann brauch ich jetzt mal hier mit flüssig. Vier, fünf, 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 ja. Dann brauch ich, also da brauch ich mal Schienenböcke, genau. Dann brauch ich einen Diamanten. Und Redstone. Redstone hab ich. Und einen Diamanten. Da brauch ich nur einen von, ne? Jupp. Einen Diamanten, danke. Und ein Energiekristall, den haben wir schon mal. Dann brauch ich da von der Weite, da brauch ich diese Schaltkreise hier. Zack. Haben wir auch, kein Problem. Machen wir fix. Ja, denn. Links, rechts. Dann brauch ich... Legen wir einen Slot jetzt frei. Das raus, den rein, den rein. Was kann denn jetzt mal noch raus hier? Was hab ich denn überflüssigt? Das hab ich grad überflüssigt drin, ne? Und Glas. Jetzt, äh... Oh, da hab ich aber gerade. Passt noch sowas. Aber nur so gerade noch, glaub ich, passen. Sonst hab ich wen so. Lap, auch da hab ich Lapis. Wollte gar nicht drüber denken. Lapis und Glowstone. Glowstone haben wir da. Und dann müssen wir weite Schaltkreise nehmen. Ich glaube, hoffen wir mal, dass das so... war das Rezept. Auch nicht. Äh... Oder war das in der Ecke. Ich glaube, das war auch in der Ecke. Die haben wir. Jetzt bringt der hier freundlich Silizium. Da hab ich Kupfer. Hab ich Led. Das bringt jetzt alles noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Aber auch nicht mehr die meisten. So. Dann machen wir hier zwei. Zwei. Einen haben wir schon mal davon. Und dann müssen wir da hinten hin duckern. Ja, mein Jetpack ist noch voll. Oh, die wundern mich gerade. So. Der Kompressor wartet eigentlich nur auf Arbeit. Von mir. Ei, da fehlt einer. Komm schon. Danke. Tut. So. Das sind jetzt Carbonfaser, Rohcarbonfaser. Und das ist... Rohcarbongewebe. Okay. Egal. Hau durch. Und dann nehm ich schon mal das ganze Uran, was ich habe. Baller ich auch schon mal da durch. Muss ja auch irgendwie voll werden. Ähm. Hier hab ich jetzt keine Uran. Hier hab ich kein Uran. Hier hab ich 17 Uran. Und hier. 5 Uran. Okay. Alles sonst nirgendswo. Anscheinend nicht. Da ist noch ein Uran. Uran kann ich schon mal eigentlich verpressen. Die Sonne, die geht gleich unter. Nanananananana. Nanananananana. Die Sonne geht gleich unter. Komm schon. Danke. Danke. Schmeiß rein. Ja, läuft. Läuft. Und ich laufe jetzt schon mal wieder in Richtung Bett. Weil das läuft nämlich jetzt auch wieder. Deswegen würde ich sagen, ich hoffe es hat euch gefallen. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Und tschüss.